So liebe Freunde, hier bin ich nochmal. Und zwar sieht es nämlich gerade so aus, dass das gute YouTube meint, nicht den Stream starten zu wollen. Und zwar wird das jetzt ganz sehr umverlegt auf Twitch.tv. Ihr findet mich da unter scroll-unterstrich, also eigentlich ganz einfach und es wird da einfach genauso weitergeführt. Ich weiß nicht warum YouTube das jetzt gerade irgendwie nicht machen will, aber es funktioniert einfach nicht. Ich bin reingegangen und der Stream startet einfach nicht aktiv. Und das ist eine Sache, die sehr sehr doof ist, wie ich finde. Deswegen switchen wir einfach rüber und dann sieht man sich gleich. Es wird wahrscheinlich zu kurzen Verzögerungen kommen, deswegen wird es wahrscheinlich so auf um... Ich werde direkt anfangen, Leute. Sobald ihr das seht, werde ich wahrscheinlich schon auf Twitch streamen. Also bis gleich dann. Türolü!